Was geht Leute? Mein Name ist Lote Danny. Willkommen zu einem kurzen Vlog hier auf meinem Kanal. Heute auf meinem Jason Kanal zu einer wichtigen Information. Und zwar ihr wisst ja alle, dass ich im Moment diese Probleme mit dem Internet habe, wo ich nicht so schnell uploaden kann. Und das Ganze wäre kein Problem, wenn ich ein Kanal hätte. Ich habe allerdings zwei Kanäle. Und das Problem ist gerade im Moment, dass ich ja Call of Duty Advanced Warfare rausgekommen. Und ich will es natürlich spielen, weil ich meine einmal im Jahr kommt Call of Duty Advanced Warfare raus. Und was ich dann immer tue, wenn sowas passiert, normalerweise produziere ich vor und lade das hoch dann quasi. Und dann stelle ich alles auf geplant und dann schaltet sich das Video automatisch frei. Und das passiert bei mehreren Videos, sodass ich zum Beispiel Advanced Warfare spielen kann und gleichzeitig Videos für meinen Hauptkanal machen kann. Und die Videos für meinen zweiten Kanal, also Danny Jaston, schon bereits fertig sind. Das Problem ist allerdings im Moment, ich kann das nicht machen, weil ich ja nicht so schnell uploaden kann. Mein Internet bekomme ich, wie schon tausendmal erwähnt, aber für die Leute, die es nicht wissen, weil es gibt immer Leute, die nicht ganz mitkommen, am 17.11., also in ungefähr 13 Tagen, fast zwei Wochen dauert es noch. Und ja, es dauert halt noch eine Weile, nicht mehr so lange, die Zeit vergeht ja schnell, so ist es nicht, also so ist es keine Tragödie. Aber in der Zeit, wenn ich ein bisschen weniger Videos hochladen, mehr geschnittene Videos machen, wo ich mehr an dem Video dransitze und mehr schneide, damit es kürzer ist, aber trotzdem noch sehr unterhaltend. Das mache ich dazu, damit der Upload schneller verläuft, weil anders geht es nicht. Ich brauche für ein Video super lange. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber ihr könnt mal versuchen, mit einer 0,5 Mbit-Leitung ein Video hochzuladen, was ungefähr 20 Minuten geht. Das dauert vier Stunden und manchmal sogar fünf Stunden aus irgendeinem Grund, ich habe keine Ahnung. Weil manchmal spackt das Internet ja auch. Das ist halt so bei 16.000er Leitungen mit ganz geringer Uploadrate. Deswegen werde ich ein bisschen weniger machen zu der Zeit, aber keine Sorge, diesen Kanal würde ich niemals vernachlässigen, es ist einfach so viel Spaß und so. Deswegen werden auf jeden Fall ab dem 17.11. wieder fünf oder sechs Videos hier auf dem Kanal kommen, versprochen. Oder auch vier, ich will nichts versprechen, was ich vielleicht nicht halten kann. Aber ich denke auch drei oder zwei würden genügen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich will viele Sachen hier machen, ich habe viele Projekte vor, viele Spiele kommen raus. Far Cry 4, Far Cry 2 will ich auch noch machen, andere Spiele noch. Die rausgekommen sind und die, wozu ich keine Gelegenheit hatte, die zu spielen. Einfach, weil ich nicht die Zeit dazu hatte. Und vor allem jetzt wenig Advanced Warfare. Aber keine Sorge, das wird sich ändern. Wie gesagt, wenn ich mein Internet habe, das ist das einzige Problem, sonst könnte ich alles schaffen. So ist es nicht. Zwei Kanäle zu betreiben ist nicht schwer, wenn man eine gute Internetleitung hat. Es ist nicht schwer. Aber ich kann nicht abends irgendwie um 5 Uhr morgens aufstehen, meinen Account wechseln und dann wieder da hochladen. Also auf meinem zweiten Kanal. Das geht nicht. Weil ich kann nun mal nicht auf beiden Kanälen irgendwie gleichzeitig hochladen oder sowas. Das geht nicht. Deswegen bitte ich das jetzt mal zu entschuldigen. Ich hoffe, ihr versteht das. Es werden trotzdem natürlich Videos kommen, weil ich will, dass ja noch aktiv bleibt, der Kanal. Dass ich noch Videos hochlade und so. Aber bis zum 17.11. halt ein bisschen weniger. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich denke, die meisten werden es verstehen. Und ja, das war es mit dem Video. Vielen Dank für eure ganze Geduld und so weiter und so fort. Haltet bitte alles steif bis dahin. Also fühlt nochmal vielleicht hier unten, ob alles steif ist. Und bitte tut mir einfach den Gefallen und geht's nicht fremd, okay? Danke. Danke. Danke.